Joho und willkommen wieder zum nächsten Archivment, nämlich Flints Ruhestand. Wir befinden uns an der Wegmarke Whisky im Gebiet der Flammenkampfsteppe. Ihr zoomt mal raus, hier ganz rechts befindet sich das Gebiet. Es gibt einmal zwei Lager, die um die Ley-Energie kämpfen oder eher gesagt, die diese erforschen. Nämlich die Abtei hier oben und das Konsortium. Beide haben gewisse Wege und gewisse Plätze, an denen diese Events stattfinden und an diese die Lager laufen. Einmal hier oben, einmal hier in der Mitte und dann hier unten. Diese Plätze werden zufällig angelaufen. So, es geht jetzt los mit dem Kampf. Ganz wichtig ist hier, dass die große Gruppe, also das heißt, dass eine kleine Gruppe ausgewählt wird, die die Ley-Energien sammeln. Dass der rechte untere Balken leer gemacht wird. Und sobald der leer gemacht wird, kommt die kleine Gruppe nochmal mit zur großen Gruppe und haut die ganzen Golems mit dem Schlagzug-Symbol oben kaputt. Das sollte schon von Anfang an gemacht werden, denn das sind die Träger der Ley-Energie. Und wenn diese ankommen, habt ihr auf jeden Fall einen alten Erfolg nicht gemacht. Wenn ihr es schafft, alle Golems zu besiegen, ohne dass überhaupt eine Ley-Energie bei der Inquestur ankommt, dann habt ihr auch einen alten Erfolg geschafft. Nämlich Hindernis der Inquestur oder so heißt der. Und genau, der ist ziemlich schwierig. Also wenn ihr es schafft, dann probiert ihn auf jeden Fall. Das Ganze lässt sich natürlich auch nochmal beschleunigen. Ihr zieht die ganzen Ley-Energien zusammen und zieht dann dort die ganzen Gegner hin. Haut sie mit einem Schlag kaputt. Und ja, dann habt ihr eigentlich auch schon beide Erfolge direkt geschafft. So, das war es eigentlich auch. Das Event ist eigentlich erfolgreich abgeschlossen worden. Von daher sage ich mal wieder, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns wieder. Haut rein. Tschö. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020